Ihre Identität, Ihre tiefsten Überzeugungen, das entscheidet alles. Hallo, die Arbeit von Dr. Maxwell Maltz, die 1960 in seinem Buch Psycho-Cybernetics veröffentlicht wurde, das immer noch Teil der Auswahl der 50 besten persönlichen Trainingshandbücher des 2008 erschienenen Buches 50 Self-Help Classics, ist eine Arbeit, die die Grundlage fast aller modernen persönlichen Entwicklungs- und Coaching-Systeme ist, führte den Begriff unserer Identität oder auch Selbstbild, Self-Image im Englischen, ein. Was ist unsere Identität? Unsere Identität ist das, was wir denken, wer wir sind. Es ist das, was wir tief im Inneren glauben zu sein. Es ist eigentlich noch ein wenig komplizierter und tiefer als das. Das Selbstbild ist, was Sie glauben, wie andere Sie wahrnehmen. Es geht also nicht darum, wie Sie sich selbst direkt wahrnehmen, sondern um das Bild, das Sie glauben, das andere von Ihnen haben. Diese Definition von sich selbst existiert auf einer sehr tiefen Ebene im Unterbewusstsein. Dieses Selbstbild entspricht tatsächlich Ihren tiefsten Überzeugungen über sich selbst. Das Selbstbild ist extrem mächtig und man kann sagen, dass es alle wichtigen Entscheidungen und Handlungen in Ihrem Leben, ihre Charaktereigenschaften, Ihr Verhalten sich selbst und den Menschen um Sie herum gegenüber steuert. Dr. Maxwell führte dieses Wissenschaftsgebiet ein, das er Psycho-Cybernetics nannte. Kybernetische Systeme sind Systeme, in denen ein Computer Handlungen oder Entscheidungen steuert, die nach bestimmten vorgegebenen Regeln getroffen werden. Typischerweise ist der Autopilot in einem Flugzeug ein kybernetisches System. Auch der Thermostat, der die Temperatur in Ihrem Haus oder in Ihrer Wohnung regelt, ist ein kybernetisches System. Wie funktionieren diese Systeme? Wenn Sie die Temperatur in Ihrer Wohnung auf 21 Grad einstellen, sorgt der Thermostat dafür, dass die Räumlichkeiten auf dieser Temperatur bleiben. Wenn Sie die Fenster geöffnet lassen und es draußen kalt ist, sinkt die Raumtemperatur. Sie sinkt, bis sie den Alarm für den Thermostat auslöst, dass die Temperatur zu niedrig ist. An diesem Punkt erhöht der Thermostat automatisch die Heizleistung, um den Sollwert von 21 Grad wiederherzustellen. Umgekehrt, wenn Sie stundenlang Pizza backen und die Temperatur in Ihrer Wohnung deutlich ansteigt, löst wiederum das kybernetische System des Thermostats einen Alarm aus und reduziert die Heizleistung, um die Temperatur wieder auf die vorgeschriebenen 21 Grad zu bringen. Genauso verhält es sich mit dem Selbstbild unserer Identität. Nehmen wir das Beispiel von jemandem, der abnehmen möchte und seit Jahren übergewichtig ist. Diese Person hat ein Gewicht von, sagen wir, 95 Kilo in ihrer Identität integriert. Ihr Innenthermostat ist auf 95 Kilo eingestellt. Wenn sie anfängt abzunehmen und auf 94, 93, 90, 88 Kilo runtergeht, schlägt plötzlich ihr Raumthermostat-Alarm. Sie wird im Grunde ihres Herzens sagen, Hey, was ist los? Wir werden zu leicht, wir müssen unbedingt wieder zunehmen. Dann erfindet ihr Verstand trotz aller Entscheidungen, Versprechungen, Diäten und Pläne, die sie vielleicht aufgestellt hat, irgendeinen Vorwand oder eine Ausrede, um wieder zu naschen oder mehr zu essen. Es wird irgendeiner Weise die Tatsache rechtfertigen, dass es notwendig ist, wieder mehr zu essen. Bis sie oder er wieder auf 95 Kilo steigt. Im Gegenteil, wenn diese Person noch mehr Gewicht zulegt und auf 97, 98, 100 Kilo steigt, plötzlich losst sein psychokibernetisches Systemalarm aus. Hey, oh, Alarm! Wir werden viel zu schwer, wir müssen unbedingt abnehmen. Und dann wird sie ohne große Anstrengungen wieder mehr bewegen, weniger essen, vorsichtiger sein, etc. Bis sie wieder auf 95 Kilo kommt. Die der inneren Einstellung entsprechen, die in ihrem Selbstbild oder ihrer Identität programmiert ist. Unsere Identität funktioniert auf diese Weise auf allen Ebenen. Für die Menge an Geld, die wir verdienen können, für die Art von Menschen, die wir begegnen, unsere Essgewohnheiten, unsere ganze Lebensweise. Wollen Sie Ihr Leben ändern? Also ändern Sie die Definition Ihrer Identität. Die ganze Frage ist also, wie kann man seine Identität oder sein Selbstbild ändern? Das ist die Frage. Sie müssen hingehen und die Definition in Ihrem Unterbewusstsein neu programmieren. Hier können Meditation, Neurolinguistisches Programmieren, Hypnose usw. sehr effektiv sein. Ein weiterer sehr effektiver Weg, Ihre Identität zu ändern, ist die Änderung Ihrer Physiologie. Das heißt, die physische Erscheinung Ihres Körpers zu verändern. Denn Ihre körperliche Erscheinung ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche für Sie sichtbar. Eine Veränderung Ihrer körperliche Erscheinung wird einen enormen Einfluss auf Ihr Unterbewusstsein haben, weil Ihr Unterbewusstsein immer wieder damit durchdrängt wird und das ist eine der Möglichkeiten, das Unterbewusstsein umzuprogrammieren. Sie können also durch den Geist vorgehen, indem Sie meditieren, die neue gewünschte Seinweise visualisieren, was wiederum den physischen Körper beeinflussen und transformieren wird. Oder man kann durch den physischen Körper gehen, indem man ihn transformiert, was sich auf den Geist auswirken wird. Training in Aikido oder japanischem Yoga, Qigong oder Tai Chi oder jede andere Methode, die gleichzeitig an Körper und Geist arbeitet, kann als äußerst effektives Werkzeug eingesetzt werden, um Ihre Identität oder Ihr Selbstbild neu zu programmieren. Das ist der Grund, warum man nach einigen Jahren des Trainings in diesen Künsten nicht mehr ganz derselbe Mensch ist. Sie bewirken innere und äußere Transformationen zum Besseren, die für andere von außen sichtbar sind und für sie selbst von innen deutlich spürbar sind. Natürlich geht es bei diesen Künsten nicht nur darum, Ihre Identität oder Selbstbild umzuprogrammieren, aber das ist ein wertvoller Nebeneffekt, den Sie haben. Wenn Sie bestimmte Aspekte dieser Künste mit Coaching-Methoden, moderne Coaching-Methoden kombinieren, können Sie in Rekordzeit unglaubliche Ergebnisse erzielen. Das ist ein Geheimnis, über das wir noch sprechen werden und auf das Sie als Praktiker zugreifen können. Herzlichen Glückwunsch! Denn es ist schneller, ein paar Coaching-Methoden oder NLP-Methoden zu lernen, als ein Erster dann in Aikido zu machen, sogar ein Fünfter Q. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald! Vielen Dank für's Zuschauen!